Hallo, dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie die Alarmzeit für Ihre Talking Madi-Clock einstellen. Bitte denken Sie daran, wenn für den ausgewählten Alarm keine Sprachnachrichten aufgezeichnet wurden, wird Talking Madis Melodie als Standardalarm verwendet. Bitte schieben Sie den Alarmschieber auf den Alarm, den Sie einstellen möchten. Alarm Nummer 1 bis Alarm Nummer 8. Schieben Sie den Modeschieber auf Alarm. Drücken Sie auf Yes Go, um in den Alarmeinstellmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten Hoch und Runter, um die Stundeneinstellung der Weckzeit für diesen Alarm auszuwählen. Drücken Sie auf Yes Go, um die Minuteneinstellung der Weckzeit für diesen Alarm auszuwählen. Verwenden Sie zum Einstellen der Minute die Tasten Hoch und Runter. Drücken Sie auf Yes Go, um die Alarmhäufigkeit einzustellen. Verwenden Sie zum Einstellen der Häufigkeit die Tasten Hoch und Runter. Sie können dabei wählen zwischen täglich, am Wochenende, wochentags, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Aus. Es kann nur eine Häufigkeit ausgewählt werden. Aus wird verwendet, wenn Sie den Alarm ausschalten und die aufgezeichnete Nachricht behalten möchten. Drücken Sie die Taste Play Messages oben auf der Uhr, um die Weckeinstellungen zu bestätigen. Wenn für den ausgewählten Alarm keine Sprachnachrichten aufgezeichnet wurden, wird die Talking Madis Melody als Standardalarm verwendet. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden der acht möglichen Alarme, den Sie einstellen möchten. Schieben Sie den Mode Schalter auf Lock und das war's. Bitte denken Sie daran, dass die Einstellung der Sprachalarm-Nachrichten in zwei Schritten erfolgt. Die Reihenfolge der Schritte weckt seit Einstellen und Ihre Nachricht aufnehmen ist dabei nicht wichtig. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Sie dieses Video hilfreich fanden.